Seht ihr da noch ein Wort? Warte, jetzt müssen sie da... Zombies Und die Türen sind offen Wirklich? Da drüben die Türen schon offen Achso, da geh... Stimmt, da geh mir auch einige In jedes... Boah! Warte, vorsichtig jetzt! Oh ja, er hat mich g'seng Er hat uns beide g'seng Er redet dir noch Wüsst'n töten? Geh'n Helikopter rein aufs Geschirz Ich? Ja, passt! Nee, kann man bis hin Ich sag dir dann... Aber da ist ja kein Geschirz, oder? Nicht... Schlecht Naja, was hat... Schau'n wir mal jetzt Das ist ja nur irgendwo zusammen, wenn ich nicht, dass er mich auch sieht Na, passt, ich steck'n Alte Freunde Ist das cool Äh... Ah, du Get... äh... Spilot Das Ride in Bay, g'mch'n wir mal Palot Oje, der fährt nimmer Alles... Alles rot Ich bin im Eck... Links, 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 Links... Hast du dir mal denken können? Links... Rechts... 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 In Eck... In Eck... In Eck... Rechts... In Eck... In Eck... Hä? Da? Dort wo ihr zugeht? Nein... Rechts... Drei... Da... Das ist ein Zombe... Achso... Das ist da... Wir müssen da irgendwie reinkommen... Bist du hier drin? Ich bin drin... Aufpassen, da ganz rechts... Bei der letzten Schoen ist nämlich auch wieder einer Oh na... Anna hat dich gesehen Oder mich gesehen? Mich oder vielleicht gesehen? Dich... Dich... Er verfolgt dich... Das sind alle Dieren geschlossen Ja, war bei mir auch so Oh oh... Da hat mich nur... Da hat mich nur ein Zombe gesehen Die müssen offen... Die müssen offen sein, dass wir was nehmen können Da sind sie auch geschlossen Da sind sie auch geschlossen Bei allen vier? Ja... Na geh... Wieso denn? Wir müssen sie irgendwie aufsperren oder so? Haben wir jetzt eine Wappi... Hier in der Helikopter... Ist das Auto fahrtüchtig? Nein, okay... Das schaut nicht sehr gut aus... Was hast du gerade? Ja... Ich hab gerade Texturbugs... Texturbugs... Der Helikopter schaut sehr fahrtüchtig aus... Hehehe... Der Abgeschätzte... Da müssen wir in die Stadt... Dort suchen... Wo ist ein... Ist ein Flugplatz oder was? Waren wir noch eins? Ja... Das war ich auch noch nicht... Komm... Da... Ah... Da ist der Zombe... Sie fragt mich schon wo der ist... Aber wenn ihr seid... Wir könnten dann in die Kirche gehen... Da ist immer was... Das kann man immer beten... Da hinten ist irgendwas... Na... Das ist nur Steiner... Wofür schaut's... Nein, ich glaub... Das ist ein Flugzeug... Also da hinten... Ah... Das stimmt... Du hast recht... Das ist ein Flugzeug... Aber wir sollten ein bisschen... Abstand vor der Landebahn halten... Oder... Abhebbahn... Was du auch mal haben müsst... Hmhm... Wo bist du? Neben dir! Bist du? Ich bin vor... Das ist sogar ein bisschen... Da ist ein Heli... Wo? Genau vor mir... Okay... Ah... Also nur mehr Klick... Äh... Nur mehr... Schauen Sie... Wir können nicht... Gehen wir doch... Gehen wir doch... Gehen wir... Ist wieder so einer... So ein Transport... Gehen wir... Gehen wir... Gehen wir... Aufhe oder? Ja... Vorsichtig... Da liegt... Ah... Waffen... Nimm du... Aber... Die hat Munition wahrscheinlich... Schaut aus wie eine SMG... Jaja... Wie auch so... Als Munition... Du süßes hartzes Sessel... Für was? Für meine Waffen... Schrottflinte... Schaut aus... Schaut mal so aus... Pellets... Ich glaub... Ich kletter die Leute runter... Wo bist du denn? Ah da... Mach ich auch... Okay nein... Geht das nicht? Bevor ich runterparke... Hast recht... Ich geh aber mal drauf... Nein... Nein... Nichts... Nein... Da oben ist auch nichts... Dann schleichen wir sie wieder... Ich hoffe... Der Zombie ist nicht mehr näher... Oder will ich gerade rauf... Da ist einmal einer jetzt... Er ist nicht da... Passt... Er hat da draußen gewohrt... Nein... Er krabbelt rum... Er hat uns gerade gesehen... Ist der hinten offen? Na... Das hat nur so ausgeschlossen... Ich sag nur... Helikopter sind unser sicherer Tod... Bei uns die flirren können... Hehehe... Ja... Ja... Ups... Neck hier... Geht's? Oder soll's rot? Hall... Äh... Ja... Schau's da selber an... Nein... Schau's da selber an... Ja... Ja... Da ist jetzt nur ein Flugzeug... Oh... Da hinten... Ah... Das ist ein Auto... Gab's mal mit ihm fahren... Das schaut man jetzt hier... Oh... 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 Äh... Nicht vorfahren... Man kann nicht fahren... Oh... Warte mal... Doch... Vielleicht doch... Vielleicht bin ich unfähig... Schau mal... Doch... Ist das alles grün... Ja... Aber das ist nur ein Einsitzer... Naja... Da kann er vielleicht auf ihn... Vielleicht auch fürhüpfen... Das ist gefährlich... Ja... Genau... Nicht in dem Spiel... In jedem anderen Spiel schon... Aber nicht in dem... Das ist kein Sensro... Links ist ein Zombie... Nicht rennen... Nicht aufrecht... Rennst du schon wieder aufrecht? Ah ja... Ah... Weil ja... Die Bugs... Das große Maß erwächst... Da liegt was... Liegt Fizzack... Ähm... Das ist vielleicht für mich eine Emulsion... Ja... Möglich... Ich nehm's einmal und schau... Ob's... Nein... Schaut nicht gut aus... Nein... Das ist wieder was anderes... Ist da was drin? Da ist Munition... Für wen? Welche Munition? Nein... Schlag... Ist auch nichts in mir... Schlag... Ich weiß nicht welche Waffe du hast... Links im Weg... Links vorne... Die tun wir mal weg... Ich nehm' einfach beides und schau... Ich nehm' einfach beides und schau... Wann das Flugzeug ins Flirn kann... Bis halt... Ist das sicherer Tod... Aber zuerst schau' mal über ne... Da ist ja übrigens ein Zombie... Also... Das muss man nicht riskieren... Boah... Da liegt Sachen, oder? Nein... Das ist groß... Das packt schon wieder... Nix ist da... Oder? Nix ist da... Warte... Was? Ich geh' schon mal um... Und schau' dass es nicht verschwindet... Verschwind schon nicht... Das ist realistisch... Der verschwindet nicht... Mh heh... Realistisch... Dass wir... Äh... Stirbtuch... In den Dings packen... Ja da links... Ich glaub' das schaut mir ziemlich nach AK Dings aus... Ich schau' mal wie das heisst... Drei... Na 30... Rund AK... Sicher... AK... Wie ist es? Schau' dir meine wunderhübsche Waffe am Rücken... Was ist denn das? Eine Welt? Zwei da drunten... M4... Das ist jetzt... Und ein Markerauf-Magazin... Also das ist eh die normale... Okay... Was ist das? Das muss dein Magazin... Geil! Nein, das schaut auch nicht schlecht aus... Nicht rennen... Nicht rennen... Warum rennen denn schon wieder? Gut, dass du's mir immer sagst... Da fuh'n ist doch nämlich Zombies... Eben... Naja, ich hab ne AK also... Ich weiß nicht... Der eine steckt da rein... Der andere schaut nach vorne rein oder so... Naja... Schau' mal... Das wird eh nicht flirren... Das ist ja eh immer das Gleiche... Doch, das schaut gar nicht so schlecht... Der Helikopter hat auch perfekt ausgeschaut... Aber war kaputt... Das geht doch nicht... Wie steigt man denn das rein? Ah, da! Ich kann zumindest die Dinger bewegen... Ah... Get out... To pick seed... Flaps down... Nein... Flaps down wollen wir nicht... Wie schaut's links oben aus? Ähm... Ah... Sprit ist leer... Aber sonst geht's... Oder ist das okay? Sprit... Sprit... Man müsste ja mahnen... Ah, da liegt was... Oh, da sind ja kein Sprit... Das sind Dosen... Ist irgendwas anders noch? Nein, das sind wirklich Dosen... Ach so bist du im vorigen Hangar drin... Ich bin im Hangar, aber nehmen mein Flugzeug hin... Ich bin gleich im nächsten drin... Was? 5 Leute... War nix drin? Ja... Und da vorne ist glaubst du noch was? So müssen wir eh zurück... Hüftiges... Ah, das sind so und so nur Tanks... Oh! Zombie links... Da wird nicht viel sein... Gehen wir zurück... Warte kurz... Da drüben könnte noch was sein... Zombies... Zwei... Gewehr übers Feld drüben... Hinter uns... Da drüben steht irgendwas... Zombie hinter uns... Auto... Zombie hinter uns... Hinter dir vor allem... Da drüben stehen ja zwei Autos... LKW und der Auto... Zombie ist hinter dir... Ja ja, ich rede eh schon... Ja... Oder ist das ein Auto? Das ist auch nicht so ein Hinux Auto... Aber da hinten steht ein LKW... Der muss funktionieren sogar... Das sagen würdest du jeden Fahrzeug... Ja... Ist halt so... Das Auto schaut mir aber nicht sehr fahrtüchtig aus... Oh, da drüben Sachen rum... Kann das sein... Ah, das sind Soldaten... Leichen... Ja... Ja... Aber das... Er hat Raffen... Ist es nicht wahr, was Sprit... Sprit hat... Sprit... Wo bist denn du hin? Hinter... Ich... Du rennst viel schneller als ich... Achso... Ja, ich renne halt schon mal vor... Falls ich sag da geht's... Dann haben wir ja schon mal... Oh... Pass auf... Ich bin hinten drüben... Nein... Ich bin hinten drüben... Wir fahren... Ah... Ah... Der steckt fest irgendwie... Ah, nein... Halt sitzt... Und das rechte hintere Rad ist so... Haha... Der fährt halt so halbaut noch... Rückwärts kann man fahren... Er steckt... Weil da drüben sind wir sicher beim Zomble... Ich müsste da... Ich müsste da auf den Asphalt kommen... Weil er schafft es nicht... Ah... Ich lenke nach links... Weil er fährt dann rechts... Weil ich kann eine komplette Rechtskurve machen... Probier's... Ey, ich probier's gerade... Weil irgendwie hängt da... Haha... Wir drehen sich da so... Bitte wenden... Bitte wenden... You... Spin... My... Haha... Ganz neu gesagt... You... Spin... My head... No... Das war toll... Wenn ich Rückwärtsgang reinhege... Dann fahrt er so und so... Aber... Dann fahr ich nicht mehr da... Das ist nur mehr ganz strichend... Mehr... So ein Flugzeug war nicht mehr drin... Das reicht doch... Vorsichtig nur... Um sie zu tragen... Und dann ist alle... Haha... Siehst... Jetzt hätten wir schon lauter Sachen... Wo wir nur einen Tag machen... Das ist... Also... Eigentlich... Und ein Rad... Bei dem jetzt... Oder ja... Wirst du... Das hintere Rad ist kaputt? Ja... Wie ist es? Uäh... Kamerafeh... Ah ja wirklich... Deswegen kann ich nicht fahren... Ja fahr fahr fahr... Ja fahr fahr... Success... Ja aber ich fahr wieder noch... Ich fahr immer... Ich fahr jetzt so weiter... Unterfass gegen meine Stange... Scheiße... Jetzt steckt mich der Stange fest... Nein... Ah das fahrt sich... Ja und was soll's machen... So weiter... Oh... Das war's... Er springt nicht mehr... Okay... Wurscht... Warte mir bis der Zange weg... Zehn Stunden später... Äh... Hilfe... Es geht nix mehr... Das war's... Ah Sprit ist komplett laut... Zeigts jetzt auf... Vielleicht merkt ihr das nicht... Ich geh auch auf die andere Seite raus... Achso... Kannst du nicht wechseln... Innen drin? Ja eh... Was machst du? Ich hab mich verdrückt... Drück fahr... Ich bin verdrückt... Geh mal wieder rum... Durch die gelbe Wiesen... Nein da vorne könnt noch... Schau's... Da vorne steht noch was... Was Rotes... Das ist wohl jetzt eine geile Szene... Draht einmal in die Gras... Und ich steig raus... Gegen einen Weitfang... Ja... Siehst du das? Schau das wie ein Feuerwehrauto... Ja ja ja... Irgendeine Ecke wäre sowas... Rennen wir gleich in die nächste Stadt... Es hält sich nicht aus... Zurück zu rennen... Ich glaube ich kann noch nicht rennen... Zumindest da... Da vorne steht wirklich ein... Da ist ein Bus... Oder? Ein Bus und ein Lkw... Ich stehe nur noch ein Lkw... Da rechts steht ein Bus bei der... Der Dings... Ein gelber Bus... Rechts von... Von der Feuerwehr oder Lkw... Da kommt wirklich ein Feuerwehr... Oder ist das kein Bus... Es ist nur ein Busseitesteller... Ich glaube dahinter ist ein Bus... Ja... Keine Ahnung... Wo sind wir da? Wir sind ganz unten... Wir sind noch... Am Flugfeld... Am Flugfeld... Das ist hier nix... Das ist das Flugfeld... Das baut eigentlich nix... Doch... Ganz unten... Ich weiß nicht... Ist da ein Bus auch? Das wäre möglich... Dass du da... Ein gelberes Fahrzeug... Es ist kein Bus... Wo ist die Feuerwehrstätte... Das schaut aus wie... Ein... Selber gemachtes... Irgendwas... Nein... Der neben steht ebenso anders... Aber ja... Der stellt eine Feuerwehr... Nicht einmal eine amerikanische... Naja... Wir sind ja nicht in Amerika... Ich glaub's gar nicht zu fahren... Wir sind in Russland... Oh oh... Keine... Keine Dank... Oh Gott... Damit kannst du nicht sterben... Das ist wie klar aus wie ich selber baut ist... Der unten steht übrigens nur mal... Ja... Die Feuerwehr... Ich wollte gerade so... Aber... Tankstelle könnte... Schauen wir mal... Ob der vielleicht hat der Tank... Oder so... Oder kannst du vielleicht sogar fliehen... Ah... Da kann man jetzt zu zweit rein... Nein... Ist er kaputt? Komplett... Na schade... Ist Tank drin? Ja... Na... Anders... Sonst gibt man sich das... Merken... Falls man mal ein Tool geht... Aber... enson... Ah... Ok... 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 Ig Church...